hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant genauer gesagt zum thema jalousien in home assistant das thema jalousien habe ich damals ja schon mal aufgegriffen bei der alten haussteuerung da habe ich noch auf 433 megahertz funk gesetzt und zwar auf intertechno geräte inzwischen versuche ich doch eher die geräte über wlan sickby oder ähnliches einzubinden meine jalousien laufen inzwischen fast alle entweder mit sonoff touch oder mit shelley 2.5 und genau das möchte ich euch heute in diesem video mal zeigen wie das funktioniert als software setzt sich wie fast immer bei home assistant geräten esp home ein heißt wir müssen gleich diese beiden geräte erstmal mit esp home flashen danach eigentlich nur noch anschließen und sind damit auch schon fertig überall wo man einen wandschalter für die jalousien hat bietet sich der sonoff touch an denn dieser hat direkt zwei kanäle hinten braucht also nur den n leiter den man bei einer jalousie in der regel ja sowieso zur verfügung hat und hat somit direkt einen taster für rauf einen für runter kann also einfach den taster austauschen und ist fertig wenn man jetzt aber eben keine unterputzdose zur verfügung hat oder der n leiter fehlt oder ähnliches so dass man gezwungen ist das steuergerät für die haussteuerung zum beispiel im jalousienkasten direkt unterzubringen dann bietet sich zum beispiel hier dieser shelley 2.5 an alternativ lässt sich dieser auch hinter dem bestehenden schalter einbauen so dass man den schalter gar nicht auswechseln muss sondern einfach nur dieses shelley gerät hinter dem schalter platziert und dort anschließt so kann man dann einen ganz normalen jalousien schalter eben smart machen und diesen in die haussteuerung integrieren daher denke ich für jalousien sollten diese beiden varianten so ziemlich alle bedürfnisse abdecken und ich würde sagen die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an ja hier seht ihr den shelley 2.5 hier oben sind die ganzen anschlüsse mit schraubklemmen hier kann man einmal zwei taster anschließen also einen für rauf einen für runter dann hat man eben die zwei ausgänge für rauf und für runter und dann noch den phaseneingang und den endleiter auf der rückseite haben wir gpao pins rausgelegt so dass wir hier mit jumper wires direkt mit einem ftdi adapter dran können um dieses gerät zu flashen also wir müssen nicht mal irgendwas aufmachen aufschrauben oder ähnliches sondern können direkt hier mit den kabeln dran das ding mit der software flashen so wie wir es gerne hätten und sind fertig das hier ist der sonoff touch in dem fall die zwei kanal variante den gibt es als einen kanal zwei kanal und drei kanal für jalousien brauchen wir nur rauf und runter denn stopp heißt einfach in die gleiche richtung die taste noch mal drücken und von daher kommen wir mit der zwei kanal variante ganz gut hin auf der rückseite haben wir hier oben drei anschluss klemmen einmal phasen eingang und zwei mal phase ausgang also einmal für rauf einmal für runter und hier an der seite noch den anschluss für den nullleiter das war es auch schon beim sonoff da müssen wir den deckel hier vorne einmal aus klippen können dann die platine abnehmen und kommen somit dann an die gpao pins von der platine können diesen dann flashen ich würde sagen wir schauen uns das ganze jetzt einfach mal an hier seht ihr jetzt den sonoff touch und ich würde sagen wir machen jetzt einfach mal auf dafür haben wir hier hinten diese clipse und da kann man das ganze mit dem schraubendreher ganz einfach raushebeln ja und das ist eigentlich schon alles was wir tun müssen hier können wir jetzt noch die platine rausnehmen dies einfach hier hinten mit diesem achtpoligen stecker auf die eigentliche einheit drauf gesteckt wir brauchen aber zum flashen nur die obere platine und hier oben in der ecke sehen wir schon hier haben wir vcc rx tx und ground rausgeführt diese vier pins müssen wir gleich mit unserem ftdi adapter verbinden schaltplan blende ich gleich auch noch mal kurz ein das einzige was man auch wissen muss hier auf der rückseite da gibt es einen gpio 0 und dieser gpio 0 das ist hier dieser kleine lötpunkt dieser muss zum flächen mit ground verbunden werden damit der controller in den flash modus geht und wir überhaupt die software darauf übertragen können heißt hier löten wir einfach ein kleines kabel dran welches wir nachher auf ground legen können oder ihr legt hier eine brücke zu ground vorübergehend die wir nachher nach dem flächen einfach wieder entfernen können aber das ist das einzige was wir hierbei tun müssen ich empfehle hier einfach ein jumper wire dran zu löten und ich würde sagen damit legen wir auch direkt los so hier habe ich mir jetzt ein jumper wire zurecht geschnitten heißt hier vorne einfach den stecker abgeschnitten und die ader ein bisschen mit lötsinn versehen und jetzt gehen wir einfach nur her erhitzen hier dieses lötauge und löten das kabel ganz grob daran fest das muss nur so gerade eben halten brauchen wir wie gesagt nur einmal kurz für den flash vorgang können wir nachher direkt wieder entfernen so und jetzt brauchen wir hier nur noch unseren ftdi adapter mit den vier adern und zwar rx tx vcc und ground und damit man das besser sehen kann nehmen wir auch die beschriftete seite nach oben das zweite beinchen am ftdi adapter ist bei mir der rx das heißt den stecken wir hier auf tx das dritte beinchen ist der tx der kommt hier bei der platine ans rx und dann haben wir hier noch vcc und ground und die kommen eben auch an vcc und ground so und jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen dass die eben angelötete jumper wire auch auf ground liegt und da habt ihr jetzt verschiedene möglichkeiten ihr könnt entweder hier den ground anschluss auf dem ftdi adapter nutzen heißt wir können dieses kabel zum beispiel einfach hier so reinstecken oder aber was ich empfehlen würde alleine schon um auch hier diese kabel zu fixieren ich nehme immer gerne so ein kleines steckbrett und stecke dann die ganze platine mit den vier jumper wires einfach auf dieses breadboard hat nämlich jetzt den vorteil die vier stecker sind durch das breadboard hier auf jeden fall fixiert können hier auch nicht mehr rausrutschen aus der platine und ich kann gleichzeitig hier den stecker einfach noch mit hier an ground anschließen somit sind alle grounds miteinander durch verbunden und der anschluss ist fertig jetzt müssen wir den usb anschluss des ftdi adapter nur noch mit dem usb anschluss unseres home assistant server verbinden und können das ganze per esp home flashen schauen wir uns jetzt noch eben kurz an was wir tun müssen um unseren shelley 2.5 zu flashen hier seht ihr jetzt noch mal den shelley 2.5 mit den oben liegenden anschluss klemmen was uns jetzt aber zum flashen erst mal interessiert ist die rückseite so und die rückseite da seht ihr hier die buchsen für unsere gpio pins und wie die anzuschließen sind das blende ich euch hier mal eben kurz ein und zwar haben wir hier von links nach rechts betrachtet tx rx 3,3 volt reset gpio 0 und ground vom anschluss an den ftdi adapter sieht das ganze hier genauso aus rx an tx tx an rx 3,3 volt an 3,3 volt ground an ground und den gpio 0 auch an ground den reset brauchen wir nicht das einzige was ihr beachten müsst die viereckigen jumper wires die funktionieren an der stelle nicht da braucht ihr wirklich solche jumper wires mit den etwas dünneren drähten hier vorne dran mit den dünneren steckern denn ansonsten kommt ihr hier in diese kleinen löcher einfach nicht rein ich habe mir jetzt hier einfach mal fünf dieser adern zurecht gelegt und wir fangen einfach mal an mit tx dann kommt als nächstes der rx dann kommt 3,3 volt reset können wir freilassen und dann haben wir hier den gpio 0 und als letztes den ground so und dann nehme ich mir wieder so ein kleines spread board steckt da jetzt erstmal rx tx 3,3 volt und ground schon mal hier drauf und den gpio 0 können wir auch direkt mit ground verbinden jetzt nehmen wir wieder unseren ftdi adapter fangen an mit rx der kommt an den tx des shellys der tx kommt an den rx so dann haben wir jetzt hier wieder noch grün ist vcc und ground und somit ist der ftdi adapter korrekt mit dem shelly verbunden was wir jetzt nur noch bei beiden geräten beachten müssen der ftdi adapter hat hier so einen jumper in der regel und damit können wir umstellen ob dieser mit 3,3 volt oder mit 5 volt hier seinen vcc ausgang versorgt und beide geräte sowohl der shelly als auch der sonoff touch müssen hier auf 3,3 volt eingestellt sein das müsst ihr auf jeden fall beachten 5 volt mögen die geräte gar nicht also 3,3 volt und so können wir auch jetzt hier unseren usb anschluss vom ftdi mit dem usb anschluss vom home assistant server verbinden und können unseren shelly 2.5 jetzt mit software versorgen ja ich habe jetzt den shelly 2.5 an den usb anschluss meines home assistant angeschlossen und ich würde sagen wir wechseln mal direkt ins esp home und hier habe ich auch schon das sketch für die shelly 2.5 jalousie vorbereitet das schauen wir uns mal eben kurz an hier wieder der übliche einleitungsblock wo wir definieren plattform esp 8266 board esp 01 dann die wlan zugangsdaten api passwort ota passwort denke mal da muss ich nicht mehr viel zu sagen kommen wir nun zu der hardware unseres shellys zuerst einmal haben wir ja einige schalter definiert natürlich unter einem switch block zuerst einmal die beiden relais einmal der strom für rauf und einmal der strom für runter und da diese beiden relais nicht gleichzeitig eingeschaltet werden dürfen weil sonst der motor kaputt gehen würde sind diese beiden mit der interlock group funktion gegeneinander gesperrt heißt es ist gar nicht mehr möglich diese beiden relais zeitgleich einzuschalten als nächstes haben wir hier einen schalter mit der id block control und darüber ist es uns möglich die beiden schalter eingänge am shelly 2.5 zu deaktivieren das vielleicht zum beispiel ganz interessant wenn man kleine kinder hat die gerne mal auf tasten rumdrücken und ich möchte nicht dass versehentlich die jalousie geschlossen wird vielleicht zum beispiel bei der jalousie an der terrassentür da hätte ich also mit dieser variante die möglichkeit die tasten temporär zu deaktivieren aus dem home assistant heraus kann ich natürlich die jalousie weiterhin bedienen dann haben wir hier noch einen weiteren template schalter für das jalousie rauffahren hier wird über ein lambda geprüft ob der schalter gedrückt wurde und gleichzeitig wird geguckt ob block control aktiv ist oder eben nicht dementsprechend wird hier true oder false zurückgegeben und wenn jetzt dieser schalter eingeschaltet wird dann fahren die jalousien rauf und wenn dieser schalter ausgeschaltet wird dann stoppen die jalousien das gleiche haben wir auch noch mal fürs schließen der jalousien hier wird dann der zweite taster abgefragt und der block control status und dann wird eben die jalousie geschlossen oder gestoppt zusätzlich zu den schaltern haben wir noch zwei binär sensoren diese binär sensoren sind unsere beiden tastereingänge hier sind also normalerweise die wandschalter angeschlossen in meinem fall bleiben diese beiden taster einfach ungenutzt da ich in der küche keinen wandschalter habe dann haben wir hier noch unsere cover komponente diese fügt alle zuvor angelegten entitäten zu einem cover objekt zusammen so dass wir unsere jalousie nachher auch im home assistant als jalousie also als cover einbinden können und zu guter letzt haben wir hier noch so einige sensoren in unserem shelly die sind natürlich optional aber ich habe sie der vollständigkeit halber jetzt hier einfach mal mit aufgeführt und zwar haben wir hier die möglichkeit strom und spannung auszulesen als auch verschiedene temperatur sensoren dann wählen wir doch jetzt einmal hier oben unseren ftdi adapter aus an dem unser shelly angeschlossen ist und klicken hier einfach mal auf upload so der upload vorgang ist abgeschlossen also ziehen wir jetzt den shelly vom usb anschluss ab und schließen stattdessen unseren sonoff touch an und flashen den dann auch noch direkt so wir sind zurück im esp home und ich habe jetzt hier oben am ftdi nicht mehr den shelly sondern jetzt den sonoff touch angeschlossen wähle also schon mal den ftdi aus und jetzt können wir uns mal hier das vorbereitete programm für den sonoff touch jalousie anschauen dafür klicke ich mal auf edit und wir sehen der anfang ist natürlich identisch bis auf dass wir hier einen anderen namen haben und hier fangen wir mal an mit den binary sensoren und zwar handelt es sich hierbei um die beiden taster auf dem sonoff touch button 1 und button 2 so und diese beiden haben eine on press funktion und die on press funktion auf dem button 1 prüft wenn man die taste drückt ob die jalousie gerade im idle zustand ist wenn ja dann öffnet sie die jalousie und wenn sie sich nicht im idle zustand befindet also gerade fährt dann wird die jalousie gestoppt das gleiche haben wir auch auf dem button 2 mit dem einen unterschied wenn die jalousie im idle zustand ist dann schließt der button 2 die jalousie und ansonsten wenn sie gerade fährt dann stoppt auch die taste 2 die jalousie wenn man jetzt den sonoff touch mit drei tasten nimmt dann hätte man natürlich auch die möglichkeit zu sagen taste 1 fährt hoch taste 2 stopp taste 3 fährt runter das kann man natürlich so machen wie man das gerne hätte da ich mich aber für die zwei taster variante entschieden habe fand ich es ganz angenehm mit einem erneuten tastendruck während die jalousie fährt diese einfach zu stoppen dann haben wir hier nur einen binary sensor status und dann kommen wir schon zu unseren switches die beiden schalter für esszimmer jalousie rauf und runter sind wieder mit interlock gegeneinander gesperrt um sicherzustellen dass wir nicht zeitgleich den motor für rauf und für runter aktivieren und diese beiden schalter rufen im on turn on ein skript auf der schalter für jalousie rauf ruft beim drücken das skript auf switch open cover off und für jalousie runter das skript switch close cover off zu den skripts kommen wir jetzt gleich diese sorgen jedenfalls dafür dass nach einer minute spätestens auf jeden fall das relais abgeschaltet wird nach den beiden switches folgt wieder unsere cover komponente die alle entitäten zu dem notwendigen cover objekt zusammenfasst damit wir auch diesen sonoff als jalousie komponente in home assistant integrieren können dann haben wir hier noch unsere status led eingebunden und die gerade schon erwähnten skripts diese beiden skripte wie schon erwähnt kümmern sich einfach darum das entsprechende relais auch wieder abzuschalten ich habe mich hier einfach für ein skript entschieden da ich im skript die möglichkeit habe den mode restart zu verwenden das heißt wenn ich die taste mehrfach drücke wird jedes mal das delay von vorne begonnen zu zählen denn wenn ich normalerweise die taste mehrfach drücken würde und das turn off mit dem delay fest hier in dieses event schreiben würde dann würde auch entsprechend wenn ich die taste dreimal gedrückt hätte dieses turn off dreimal ausgelöst das möchte ich aber ja nicht sondern ich möchte nur nach dem letzten tastendruck das relais ein einziges mal abschalten und um das zu gewährleisten verwende ich hier den mode restart denn dieser mode sorgt dafür dass wenn dieses skript mehrfach aufgerufen wird immer die zuletzt gestartete instanz die gegebenenfalls noch läuft beendet wird und der skript aufruf erneut gestartet wird somit sind wir sicher dass wir immer nur eine laufende instanz dieses skriptes haben und es sich dabei aber auch immer um den letzten aufruf handelt ja das wäre auf jeden fall mal eine weitere variante wie man so eine jalousien logik aufbauen könnte in esp home und ich würde sagen die laden wir jetzt mal auf unseren vorhin schon ausgewählten sonoff touch hoch ich klicke also mal auf upload so auch dieser upload ist abgeschlossen damit haben wir jetzt beide jalousien steuerungen mit der software versehen und können diese jetzt an unsere jalousie motoren anschließen ja der jalousien kasten ist offen hier die jalousie da drin sitzt der motor und hier seht ihr das kabel vom motor wir haben eine ader für rauf eine ader für runter den neutralleiter und die erdung über dieses kabel hier kommt der strom an einmal die phase wieder der neutralleiter und die erdung ja und jetzt sehen wir hier unseren shelly 2.5 und hier sehen wir sw2 und sw1 das sind die beiden anschlüsse an die wir unsere taster anschließen können wenn wir welche vorhanden haben in meinem fall bleiben diese also frei denn ich habe hier keine taste an der wand der o2 und der o1 das sind die beiden ausgänge für rauf und runter dann haben wir hier noch zwei mal l da kommt unsere phase dran und hier auf der rechten seite die endklemme also unseren anschluss für den neutralleiter ich blende euch jetzt hier noch mal einen schaltplan ein wie das ganze richtig zu verdrahten ist und dann würde ich sagen legen wir auch direkt los ja so könnte das ganze jetzt am ende verdrahtet aussehen wie gesagt ich habe jetzt hier an sw2 und sw1 eben keinen schalter angeschlossen weil ich keinen schalter hier in der küche in der wand habe ansonsten wären diese beiden klemmen eben auch noch belegt idealerweise würde man sowas natürlich jetzt auch noch in eine verteiler dose packen aber so sollte der motor jetzt einsatzbereit sein schauen wir uns das ganze jetzt noch beim sonoff touch an ja und hier seht ihr jetzt den sonoff touch der soll hier in die einbaudose und auch hier seht ihr von unten kommt der strom und nach oben gehen die kabel zum motor und ich würde sagen dann legen wir direkt los so die ganzen kabel sind angeschlossen bauen wir den schalter mal ein so nachdem wir jetzt alles angeschlossen haben testen wir mal hier mit dem sonoff touch unsere jalousien ich fahre sie jetzt einfach mal runter und ihr seht das funktioniert schon mal und was wir jetzt gleichzeitig direkt noch machen können ist wir stoppen direkt wie lange die jalousie rauf beziehungsweise runter läuft dafür falle ich sie jetzt noch einmal rauf denn diese zeiten müssen wir gleich noch mal in unserem sketch anpassen und dann können wir das ganze noch einmal over the air aktualisieren so nachdem wir jetzt mit beiden jalousien noch mal einen testlauf gemacht haben und dabei die öffnungs und schließzeiten gestoppt haben kümmern wir uns als erstes um den shelly 2.5 dazu öffnen wir im esp home einmal das entsprechende programm hier scrollen wir runter zur cover komponente und hier hatten wir am anfang ja die öffnungs und schließzeiten jeweils mit 35 sekunden angegeben dadurch haben wir erstmal einfach dafür gesorgt dass die jalousien auf jeden fall ganz öffnen und ganz schließen und wir überhaupt den durchlauf stoppen können damit wir jetzt aber auch in der lage sind später die jalousie mit prozentangaben sauber zu steuern müssen die öffnungs und schließzeiten jetzt noch auf die richtigen werte angepasst werden das öffnen dauert bei mir in etwa 20 sekunden eine sekunde gebe ich ihm noch toleranz damit die jalousie auf jeden fall ganz öffnet also geben wir hier an 21 sekunden das schließen ist eine sekunde schneller schafft er also in ca 19 sekunden daher trage ich jetzt hier 20 sekunden ein das war es auch schon und da der shelly ja auch schon geflasht ist können wir ihn jetzt einfach ota also over the air über wifi flashen dazu klicken wir jetzt einfach nur noch auf upload so nachdem wir jetzt unseren shelly 2.5 mit dem timing angepasst haben machen wir das gleiche natürlich auch noch eben mit der sonoff touch variante hier sagen wir jetzt auch noch einmal edit scrollen runter zur cover komponente so und die 23 21 die passten hier eigentlich schon ganz gut das einzige hier setzen wir das ganze noch runter auf 22 denn hier hatten wir 21 und 20 sekunden dann laden wir auch diese durch klick auf upload noch einmal hoch und sind danach auch schon fertig so nachdem wir jetzt bei beiden jalousien die timings noch mal angepasst haben sehen wir hier unten auch eine benachrichtigung da klicken wir mal drauf und dann meldet uns hohes ist das es neue geräte erkannt hat also klicken wir mal auf check it out und sehen jetzt hier oben esp home shelly 2.5 jalousie klicken wir also auf konfigurieren sagen hier absenden dann müssen wir noch mal unser passwort angeben ein bereich auswählen und sagen hier fertig so eigentlich hätte er jetzt zwei geräte erkennen müssen aus irgendeinem grund ist unsere zweite jalousie hier jetzt aber nicht gemeldet worden in unserer esp home liste taucht sie auch noch nicht auf also müssen wir jetzt einmal die ip von dem gerät rausfinden gehen wir dazu also noch mal nach esp home die shelly jalousie hat er erkannt also schauen wir mal bei unserem son of touch jalousie in die log files so und dann sehen wir jetzt hier oben 1 2 1 6 8.5.132 ist die ip von unserem son of touch gerät so findet ihr also ganz einfach von euren esp home geräten die ip heraus dann gehen wir wieder auf einstellungen integrationen sagen integration hinzufügen suchen nach esp home und tragen jetzt hier die ip adresse unseres gerätes ein welches wir einbinden möchten wir sagen absenden dann fragt er uns hier ganz genauso nach unserem passwort das tragen wir ein wählen auch hier unseren bereich aus und sagen fertig so und nun haben wir zwei jalousien in unser home assistant eingebunden wechseln wir nun auf unseren testreiter sagen hier oben einmal benutzer oberfläche konfigurieren und fügen eine neue karte hinzu beginnen wir jetzt erstmal mit der karte elemente schmeißen hier die standard einträge raus und suchen jetzt hier mal nach cover und hier finden wir unsere beiden covers und zwar einmal esszimmer jalousie und das ist dann die küchen jalousie die haben wir einfach nur jalousie genannt das ganze könnt ihr hier natürlich auch jederzeit um benennen in dem fall war es ja die küchen jalousie ja und hierüber können wir jetzt die jalousien rauf fahren runter fahren oder eben stoppen was ich ganz gerne noch für jalousien verwende befindet sich im hex unter dem bereich frontend und zwar nennt sich das ganze vertical slider cover card diese finden wir wenn wir hier unten auf durchsuchen und hinzufügen von repositories klicken dann suchen wir mal nach vertical und dann sehen wir hier vertical slider cover card diese wähle ich mal aus dann klicken wir hier mal auf installieren dann kommt hier noch mal die meldung dass wir den browser cache leeren müssen wir klicken ja also auf neu laden so und damit ist unsere vertical slider cover card einsatzbereit also wechseln wir noch mal in die übersicht in den reitertest sagen noch mal hier benutzer oberfläche bearbeiten neue karte hinzufügen und wählen jetzt hier einmal manuell aus die karte ist vom typ erstem doppelpunkt vertical minus leider minus cover minus card so und dann sagt er uns hier you need to define entities also er will entities dann geben wir sie ihm also schreiben wir hier ent ist darunter dann eine liste der entitäten die wir einbinden möchten und zwar einmal cover punkt da los sie und einmal cover punkt es immer jalousie dann sagt er uns jetzt noch wir müssen einen titel definieren dann machen wir das auch noch und dann seht ihr hier auch schon unsere custom card mich stört jetzt auf der linken seite noch so ein bisschen diese gesamtübersicht die möchte ich gerne ausblenden also sage ich jetzt hier show sidebar doppelpunkt falls denn ich möchte gerne nur diese regler hier haben und jetzt sage ich speichern so und jetzt seht ihr hier haben wir hier unsere jalousien mit diesen slidern integriert und wir haben jetzt hier die möglichkeit den slider zum beispiel auf 100 prozent zu setzen somit ist die rechte jalousie also die esszimmer jalousie jetzt vollständig geöffnet können auch die küchen jalousie einmal ganz aufmachen genauso haben wir aber auch die möglichkeit zum beispiel die esszimmer jalousie nur zum teil zu schließen und das ganze wird auch recht schön hier in diesen karten visualisiert wir können das ganze jederzeit einfach stoppen und natürlich haben wir auch die möglichkeit hier oben über diese buttons die jalousie zu steuern und die anzeige aktualisiert sich selbstverständlich trotzdem ja so viel zum thema jalousien in home assistant einbinden mit einem shelly 2.5 oder einem sonoff touch 2 kanal taster ich hoffe ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich habe nichts vergessen sollten aber doch noch irgendwelche fragen sein stellt sie mir natürlich wie immer gerne unten in den kommentaren oder kommt natürlich auch gerne bei uns auf dem discord vorbei den link dazu blende ich hier ein findet ihr auch noch mal oben in der infobox bei uns auf dem discord werden jeden tag viele interessante theme rund um home assistant arduino raspberry pi 3d druck und 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 diskutiert wenn euch also diese themen interessieren und ihr euch gerne mal austauschen möchtet schaut doch einfach mal vorbei würde mich freuen den ein oder anderen dort begrüßen zu können ansonsten hoffe ich natürlich wie immer hat euch das video gefallen wenn ja zeigt mir gerne mit einem daumen hoch abonniert auch direkt den kanal falls noch nicht geschehen und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao